Liebe Freunde, dieses Video soll keinen verletzen und oder beleidigen. Und denkt immer dran, Leon Machère wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Hallo ihr kleinen Batzen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sind wieder da mit einem neuen Video nach einer kurzen Kreativpause oder auch Midlife Crisis genannt. Und was haben wir uns denn heute rausgesucht? Ja, wir haben uns mal so die schlechtesten YouTuber rausgesucht, die wir so auf die Schnelle gefunden haben. Und dachten uns, ja, jetzt ziehen wir so ein bisschen durch die Suppe. Und ja, da würde ich mal sagen, viel Spaß bei dem Video und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß beim Gucken wie wir. Das ist die YouTube-Generation nach uns. Ich finde, du bist lustig. Wow. Wow. Ja, es gibt auch ein paar Leute, die in Sachen Erziehung top Vorbilder sind und ja, die lassen ja auch mal ihre Meinung kult im Internet und wollen immer auf YouTube sagen, wen sie halt so scheiße finden. Aber ich weiß bis jetzt irgendwie noch nicht so, wer eigentlich scheiße ist in seinen Augen. Aber YouTube ist für alle da. Ja. Leider. Das traurige dran ist ja eigentlich wirklich, dass er das, er kam nicht auf die Idee. Also das kam ja eigentlich von uns sogar. Und wir haben auch den Beweis und zwar hat er es auch sehr schlecht kopiert, muss ich ehrlich zugeben. Was ich mich irgendwie so ein bisschen wundern ist, ist irgendwie dieser Monat, Monat des Mikrozuhaltens. Und mal abgesehen davon werden wir jetzt eine richtig geile Erfindung kennenlernen und werden nochmal präsentiert bekommen, was der Scheiß so kann. Hört genau zu. Yo Leute, was geht ab? Das ist der neue Hausfußball. Er ist richtig cool, wie ihr sehen könnt, an der Seite hat er solche Styroporteile, dass auch wenn man immer fester schießt, hat er in die Wand nicht kaputt geht. Er hat unten einen Motor eingebaut, folgt mit Batterien, erleuchtet den LED-Farm, dass man also auch im Dunklen spielen kann. Und unten kommt ein bisschen Luft raus, damit er auch besser über dem Boot läuft. Den gibt es überall zu kaufen und es wäre einfach eine coole Sache. Ich würde ihn euch empfehlen, ich habe ihn selbst zu Hause. Danke fürs Zuschauen. Ciao Leute. Ich finde, der hat mal ein richtiges Product Placement. Man kann ja jeden Scheiß verkaufen, wir haben es auch versucht. Oder wollen wir mal zeigen? Wir können es mal zeigen, aber es hat nichts gebracht, aber der vielversuch, der wird uns mal gezeigt. Jo Leute, was geht ab? Willkommen zum neuen Video. Jetzt zeige ich euch mal das neue krasse Teil, was ich mir geholt habe, und zwar eine Badelatsche. Und ey, das Ding ist so krass. Ich erzähle euch jetzt mal, was dieses Ding so für Futures hat, und zwar... Und so krass und ey, und auf jeden Fall, das Ding hat LED-Leuchten und es leuchtet unten nicht. Und auf jeden Fall, was aber am krassesten an dieser Latsche ist, und zwar... Und das mit Produktion ohne Mikro zu halten. Ja, und dann haben wir noch einen jungen Mann, der erzählt, was er so den Abend gemacht hat, und der auch noch von euch die Vorschläge braucht, was er eigentlich in Zukunft machen könnte. Ich würde sagen, wir geben ihm mal eine Chance und lassen ihn mal erklären. Und ja, haut um Ryan jetzt. So, meine lieben Leute. Ich war gerade bei Kevin. Und ja, hatten einen übelst geilen Abend. Ja, ein bisschen gezockt und... Ja, ein bisschen Blödsinn gemacht. Und ja, ich wollte euch mal fragen, wie ihr vielleicht irgendein paar Vorschläge für mich habt, die ich machen konnte bei meinem zweiten Video. Wie gesagt, die Let's Plays müssen warten, da ich noch nicht die ganzen Voraussetzungen habe. Also ich brauche noch eine Kamera und ein Mikrofon. Und ja. Ich meine, das ist ja schon ein ganz gutes YouTube-Video, aber ich glaube, dass die Realität eigentlich so ausgeschaut hat. So, liebe Leute. Ich war gerade bei Kevin. Hatten einen übelst geilen Abend. Wir haben gefappt, gezockt. Und ein bisschen Blödsinn gemacht. Ich wollte mal auf diesen Weg fragen, ob ihr mir helfen könnt und sagen könnt, was ich auf meinem Kanal machen soll. So ein paar Vorschläge unten in die Kommentare. Aber Let's Plays werde erstmal nicht gehen. Weil ich habe eigentlich keinen Computer. Ich habe keine Maus und keine Tastatur. Ich habe auch eigentlich mein Internet. Aber ich frage trotzdem einfach mal rein. Weil, boah, fragen kann man mal. Danke, dass ihr das Video angeschaut habt. Bitte gebt uns euer Geld, eure Likes und eure Abos. Alles, was ihr habt. Am besten, wir machen noch ein Postfach auf, in dem ihr uns einfach direkt Goldbaren schicken könnt. Das wäre eigentlich ziemlich nett. Das wäre geil und... Wäre fett und nett und geil. Goldbaren. Fett bin ich schon. Ha, geil aber nicht. Und aus Gold sehe ich da auch noch nichts. Reingehauen. Was? Was war es denn jetzt? Reingehauen. Ach, reingehauen. Reingehauen. Ja, stehen wir jetzt einfach noch ein bisschen rum? Nee, die gehen nur 20 Sekunden. Ach so. Ja, dann ist die ja schon vorbei. Ja. Ja, dann bringt das jetzt gar nichts mehr.